So Freunde, guckt euch das an. Ein alter Bekannter ist wieder da. Das ist ein originaler Braunschweiger Verkehrs-AG-Bus aus dem Jahre 2002, nun in Privatbesitz und heute nochmal im Braunschweig unterwegs. Jet guckt sich das an und fährt Probe. Das Ding hat mich damals zur Schule gefahren. Und jetzt steige ich nach rund 20 Jahren wieder da ein und fahre mit. Das Besondere bei dem ist, der hat hier ganz hinten als kurzer Bus noch eine dritte Tür. Guck mal. Es funktioniert noch. Und jetzt habe ich die große Ehre, das Ding auch mal selber zu fahren. Auch wenn ich vor 20 Jahren hier Busfahrer geworden, dann wäre das hier Alltag gewesen. Also, let's go. Jet fährt denn ein Bus? Wie geil ist das denn? Yes. Der zieht gut. Der zieht da richtig gut. Wahnsinn. Zeitloses Design. Ein wunderbares Modell. Ein wunderbarer Sound. Sauberes Schalten vom Betriebe. Total begeistert. Geil. Krass. Woher mich wie ein kleines Kind. Geiles Teil. Wollte ich schon immer mal fahren. Kindheitstraum erfüllt. Und funktioniert doch noch alles. Hammer. Ein Stück Nostalgie fährt davon. Herrlich. Vielen Dank für dieses tolle Erlebnis. Vielen Dank für dieses tolle Erlebnis. Ja. Hier wird die Merkur. anas. Vielen Dank.